hallo und herzlich willkommen zurück zu das ganze wieder mit dem lieben revano und ich natürlich der onkel und ihr seht habe ich hier ein level ab und das werde ich auch gleich benutzen und zwar ein bisschen gewicht noch dass man ertragen kann und es nehmen das könnten wir mal schnell lernen noch und das können wir mal noch schnell lernen hier und vielleicht gleich noch das und du bist so gut zu habe ich an fieber fieber der welt des chaos ja und ich habe gesagt hier das ist ein gerogel und gemacht das ist wahnsinn das stimmt dieses gebiet hier ist sehr 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 gemein zu uns ja ich nicht ja ich mag es lange als noch kommen doch egal ja da ist lang als da kann auch tiefe ex in der nähe sein weil der tiefe extra lange habe wir gelernt in paar parts in einer einzigen ja sagt da ist ein dodo den tötige komme was wolle du musst sterben denn es ist vorbei mit dir ich brauchte einheit ja gib mir dein einheit bekommen einfach blöde stück ledergurt durch ich werde mich jetzt hier verabschieden ich lass mich nicht länger meine ohren kaputt machen die ohren sind auch guck mal das sind pflanzen im water pflanzen im water ja was soll ich dir sagen ich brauche heit heitauer sind haufen diamanten die du soll ich gehe jetzt einfach ich bin doch fertig ich bin hinter dir ich laufe immer den schwarzen der bucklinge läuft im schwarzen ja ich bin ich habe den quasi modus style habe ich jetzt dran ja aber habt ihr mein bizeps gesehen hat das ist dick als eine saurierkopf aber trotzdem keine kraft wurde nur aufgepumpt ist das schön wir rennen hier durch den wald ganz allein das ist auch zusammen ich finde es lustig dieses satz gerade dieser ansatz und dieses wir beide sind noch eins mit anderen meine ich dass da keiner ist weißt du wir laufen allein ja kann ja auch sein dass das andere wären ich zähl dich als gruppe dazu weißt du was ich mein war auch gemein jetzt was du gesagt hast ich komm was denn nun mal raus was hast du dahin geschmissen dreckiges verschimmeltes fleisch sehr nett von dir ich brauche heit verstehst du das ich brauch fieber fieber auch habe ich so viel aber hier sind ja auch tausend gebüsche wo du es gerade nicht da jetzt auch aus mehr das ist halt so wie sieht das aus wenn Quasimodo hier gepischt sammelt sieht lustig aus oder ich hab keine lustig anzugucken du bist zu hässlich ich versuche immer noch den dinos angst zu machen mit meiner hässlichkeit aber irgendwie klappt das nicht die sehen nur das fleisch in mir wie soll denn jetzt schon wieder hin das ist doch Wahnsinn hey ich war doch gerade hinter dir eine pflanze das ist doof die müssen die reichweite von den spielern erhöhen dass man dich weiterhin aussieht zwei meter läufst du weg da bist du weg da ich sehe dich ganz ganz klein in grüner schrift steht der onkel bei dem tageslicht ja ich würde sagen hier hoch die brauche heit wo wollten wir denn eigentlich hin was war denn eigentlich unser ziel jetzt genau was machen wir eigentlich heute erzähl mal was ich hab keine ahnung wir wollten in die insel ach wir wollten hier eine hütte finden ich brauche es macht einfach es macht einfach spaß hier lang zu latschen das ist immer so geil und das könnte hübsch hinter jeder ecke könnte ein t-rex ein raptor ein die lofosaurus oder ein gefährlicher dodos lauern nehmen mir doch die schönheit von den level ich muss gesagt ich finde es hübsch also ich meine es kann besser sein klar aber das liegt auch an unsere grafik einstellung aber anders andererseits ich habe jetzt mal ein einige ja ich sag mal let's place reingeschaut und wie die da meckern über die grafik was ist denn mit der grafik was ist da so schlimm gut es gibt hier und da noch ein bisschen aber das wird alles noch ausgebessert aber im grunde genommen ist es hübsch ja sehr belebt auch hier wackelt auch alles über switch aber das ja auch so dass der wind alles am flattern war da tut sie auch man hat hier regen drin war eigentlich alles top wenn die dinos dann noch ein bisschen flüssiger und wenn jetzt hier nicht nur das so können wir hier mal endlich eine performance geschraubt wird also die andere schon ein bisschen was gemacht das muss man ja sagen am anfang also bei den ersten parts oder so habt ihr ja gesehen dass ich weiß nicht wie es jetzt bei riva nur aussieht ob es immer noch so ruckelt ich sehe es ja nicht ach ich bin endlich wieder angezogen so ich kann meine mütze gar nicht sehen weil mein kopf so dick ist wo ich habe ich muss mich hinlegen ich lege mich ins bild alter ich bin der mit der metzger ich habe immer noch einen fetten haufen scheiße im inventar wo ist der onkel jetzt wieder da bist du ja ich brauche halt noch hier sind ja halt noch hier sind ja halt noch ich bin da bist du ja da bist du ja ich brauche heid halt noch hier sind ja halt noch hier sind ja halt noch scheiße die sonne blende die wacke komm mal lass uns mal hier unten lang latschen das sieht so schön aus ok warte mal ich bin grad ich muss grad ich bin grad so hier komm mal mit jetzt immer am wasser langlaufen ja ich habe schon wieder durst ja ich habe kein halt das wasser ist doch immer selbe das ist ja keine küste das ist das gleiche ich will doch nur dann ja keine ahnung ein bisschen wasser aber nicht mehr viel kleine wasser stellen das brauche ich doch kommt ja ich bin doch hier ich sehe dich richtung hallo das ist jetzt was macht wir jetzt wir wollten noch weiter ins inneren das ist hier oben lang richtung die gebäude bisschen gebäude ach so wird schon noch mal was ergeben hier im weg denke ich meine ich hoffe aber es anders als immer dieses dieses wasser cool gemacht natürlich ich will auch alles sehen ich werde auch gerne mal so andere die muss noch ich weiß ja gar nicht wie viele die investiert runde haben mittlerweile ob das weiß ich jetzt 31 31 aber wir haben doch erst mal gerade so sechs stück oder so gesehen oder zehn mit den wasserviechern ja aber mehr auch nicht wir sind doch schon da mehr oder ja das nein ich höre auf jeden fall eine wasserwelle leck mich am arsch die sonne blendet nee alter alter ich will da jetzt sofort runter gucken alter an ich sehe lilanes licht das ist so geil das ist ja mal epischiert da und alle weckern so rum wie scheiße noch die grafik und das ist nur was hier und kommen wir gehen mal zu dem lilan ding rein da gibt es doch immer zutaten vielleicht bin ich das nur das ist nur medium also wenn das mal stop 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 dann sind alles von raptur man ich sehe keinen einzigen dann gehen wir hier oben ja ich brauche auf jeden fall was zu saufen sonst bin ich gleich nämlich der nächste der tot ist ja bedacht bedacht mein freund okay so wir können da hinten da ist so fett und hoppelig da kommt hier nicht hoch ich raste hier aus jetzt da hoch so danke der fette der müsste normalerweise mit seinem arm die felsen wegschieben aber nö und wenn ich halt habe dann kann ich gleich eine wasserflasche bauen und dann bin ich schon mal auf jeden fall ein bisschen versorgter wow ja gut das kann ich verstehen dass das ein bisschen am lecken ist weil das einfach so ja im moment geht es aber ich meine wenn das jetzt mal auf episch ist man meint ja leute wenn das alles noch boah was die hier für ein potenzial haben was die hier machen können für geile kämpfe und man muss schon sagen es gibt viele dinos ne ich finde auch der flugsaurier der sieht ja mal richtig genial aus er sieht richtig episch aus wieder dann auf einmal los startet so kann man eigentlich auf dem flugsaurier auch zähmen ich wollte doch zu den lilanen dingen gehen weil doch da dieses die kisten meistens immer gefrästert mit heid und so ja hier ist noch wasser und gekackt habe ich jetzt bin ich glücklich wenn ich alles raus geklatscht habe was ich habe wo bist du jetzt schon wieder hab ich doch gerade noch gesehen hä onkel ja wo are you toll dein lilanes licht ist weg ne ehrlich jetzt verarsch mich nicht ich renne wie ein geisteskranker oder sind kokodile im wasser renn doch einfach mal richtung dem lilanen licht wo es war ich sehe dich doch bin doch bei dir geh weg geh weg geh weg geh weg wäre ich oder was ja hau ab mit dem vieh hinter dir da kannst du dich mal verpissen was denn für ein vieh du hast einen raptor hinter dir nein hau ab oh hilf mir ja aber dann ey wieso habe ich denn einen raptor hinter mir ich habe den gar nicht angehört ich habe den nicht hallo gesagt ich habe den einen gegeben weil du das raptoren ding reingegangen bist wo ich gesagt habe ey das sind raptor aua aua geht doch nicht immer ins wasser ja ich bin doch einfach nur gerannt oh ich bin scheiße er hat mich gefressen ey jedes mal geht er ins wasser ey es ist wirklich dumm ist das geil vielleicht schaffst du den ja ich verstehe es nicht warum du immer ins wasser gehst ich bin nicht einfach nur gerannt außerdem das war am lecken ich bin nicht absichtlich hast du besiegt und hast gekackt noch aber wie willst du mich jetzt finden keine ahnung hast du eine idee ich weiß ja dass wir in west rausgegangen sind west side story vielleicht hast du irgendwas was ich brauchen könnte ja du kannst alles mitnehmen was du brauchst oh ja kannst du haben oh das habe ich noch nicht oh schön gut das nehme ich oh den nehme ich auch mit weil oh was haben wir denn hier scheiße das hat ja echt scheiße im inventar ja ja äh wo waren wir west ne westzone 1 ne south waren wir ne mhm south line bären steine sind immer gut kannst du alles gebrauchen oh gott oh gott oh gott oh gott oh gott oh ich bin direkt neben licht gelandet kann ich das aussaugen und neben einer hütte oh ich THZ gg närmen bären brauche ich jetzt eigentlich nicht boah guckt euch die häuser an ist das geil leider ist grad keiner zu hause hätte echt gern mal hallo gesagt hm boah die haben ja richtig geile hütte gebaut mit tausenden von wegen da drin und so da kommen wir lieber hier Oh, die haben sogar ein öffentliches Inventar da drin. Mit 25 Kohle, aber die werde ich jetzt nicht klauen. Bei welchem Licht bist denn du jetzt? Ich bin South 1 ausgestattet. Bei welchem Licht? Äh, Moment. Ich bin gerade im Haus drin. Und da, die haben Inventare aufgestellt. Da kannst du den ganzen Tag plündern und schlafen und so. Okay, also, das Licht müsste... Das ist so ein türkises, ja, ja, türkis ist das. Was ist, türkisblau, oder was? Ja, ja, das ist das. Oder sieht auch ein bisschen grün aus. Grün, oder? Ja, okay, ich komme zu dir. Nee, grün ist das, ja. Bist auch gestorben? Nö. Ich habe den Raptor wegehauen. Gott sei Dank, ja. Ja, er hat mich auch von hinten genommen, ne? Du musstest jetzt aber auch da unten durch das Raptor-Ungebiet unbedingt durch. Gar nicht! Doch, bist du ja! Ich habe den gar nicht gesehen. Da waren zwei Stück. Da habe ich dir gesagt, da unten sind Raptoren und du gehst genau da hin. Geil, oder, Leute? Ein blaues, grünes Licht, aber es ist leider wirklich nichts zum Einsammeln. Ich hoffe echt, dass das grüne Licht noch da ist, bis ich hinkomme. Oh, wunderschön. Ah, jetzt kommt das Teleporter-Ding. Ach, das ist ein Lichtzeichen. Dann teleportieren die da was hin und dann kannst du darauf zugreifen. Das ist aber auf einmal stockdunkel geworden. Verdammt. Ich muss durch den Wald reden. Da steht drauf, ab Level 15 kann ich das erst öffnen. Ja, das hat verschiedene Levels, habe ich schon gesagt. Mhm. Aber das ist das Licht noch ein Stück dort. Hoffe ich auch. Meiner friert und ist am Zittern und hat Schiss, dumm, dumm. Nein, er war kurz geschafft, er hat geschisst und das geht wieder gut. Sauber. Ich bin gerade wieder am Bearbeiten des Holzes hier. Du musst sterben, ja lala. Da, 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 da. Hui, grünes Licht. Bist du da, oder was? Ne. Ah, doch, gleich. Und gekackt habe ich. Ist das schön. Hm, sammle doch mal bitte. Oh, ich bin wieder am Feld. Du kannst aber Lagerfeuer machen da unten. Ich habe noch kein Material, nichts zum Bauen von Lagerfeuern. Was bräuchte ich denn dazu noch? Hast du eigentlich irgendwas mitgenommen von mir? Äh, hat es doch nichts. Ja, doch. Du hast doch viel war uns so ein Scheiß gehabt. Rüstung hat dich angehabt. Achso, nee, weil ich jetzt nicht geachtet, dass du gleich noch näher bist. Naja, ich habe alles. Das war jetzt, habe ich jetzt nicht. Nee, also Rüstung und so habe ich nicht mitgenommen. Okay. Nur deine Bären und so. Äh, nein, deine Bären. Muss ich neu bauen. So bist du bei dem grünen Licht? Hm. Wo denn? Ich komme. Naja, ich bin gerade auf dem Berg hoch, die Bären zu klauen. Warte. Äh. Ja, das grüne Licht ist im Wasser. Das weißt du, ne? Kann ich im Wasser ziehen oder nicht so ein Schwung? Ach, das ist im Wasser aufgeht, du bist in ein anderes grünes Licht gelaufen. Also mein grünes Licht, was ich meine, ist am Wasser. Im Wasser drin. Bist du bei dem grünen Licht? Ja, bist du. Ja, ich stehe direkt daneben. Ey, ich sterbe ja davon. Was ist das denn? Wow. Ich bin ins Grün, in das Gebäude. Da, du bist da. Hallo, ich sehe dich. Geh raus da, du stirbst. Rummelt. Doch, bei mir ist Bein gebrochen und alles. Nur wegen dem, weil ich da reingegangen bin. Ja. Was ist das denn? Hallo, Onkel. Wie denn? Warte. Krass, ja. Wie kriegt man denn eine Beinverheilung wieder hin? Bein worden. Okay. Fast tot bin ich, krass. Nur weil ich ins Wasser gegangen bin. Nein! Was ist? Hm? Erstmal kacken. Wenn du nicht kackst, kannst du auch nicht arbeiten. Sind ich auch ein bisschen übertrieben mit dem Scheiß, muss ich sagen. Ja, ist ein bisschen oft, ne? Also, ich kack ja auch nicht 20 Mal am Tag. Du etwa? Das weißt du doch nicht. Aha. Jetzt wissen wir es. Der Onkel, ey. Ja, ich brauche jedenfalls gleich erstmal einen, vielleicht, sonst sterbe ich. Stirbst du irgendwie immer, wenn ich ein Feuer anmache, stirbst du? Ich bin, ich bin, ich bin, kein Wiss, du kannst das Video bei mir angucken. Ich bin da rein und war tot. Also, sehr, sehr merkwürdig gewesen. Ja, aber du füllst doch keine Energie auf durch, äh, Essen. Ja, klar. Meinst du? Mhm. Sogar sehr doll beim Fleisch, muss man drauf achten. Geht immer ein Stück mit hoch. Na gut. Oder glaubst du? Oder glaubst du? Oh, du hast Kohle geschaffen. Ich könnte, ich könnte, ich könnte 25 Kohle besorgen. Ohne, dass ich mich hart dafür anstrengen müsste. Weißt du wo? Hä? Ist da irgendwo ein Lagerfeuer drin? Ne, da hinten ist, ähm, im Haus, die haben so eine Inventarkiste da, da kannst, die haben da 25 Kohle drin. Kannst du so rausnehmen. Hm. Hab ich aber nicht gemacht. Aber die haben mich auch vorhin getötet, irgendwelche Idioten. Soll ich dann das klauen oder was? Waren die nicht? Ja, aber... Waren die ganz anderen Server, die Nase? Die können die aber auch böse sein. Oh, ich bin am Frieren. Ne, ich mach das nicht. Scheiß auf die Kohle. Ich muss sagen, das ist irgendwie so. Weil, ich weiß noch nicht, wofür wir jetzt Kohle brauchen sollten. Hätten die jetzt den Fleisch, das wäre ich gesagt, okay. Aber Kohle brauchen wir nicht. War doch gerade raus. Weil, Fleisch vergeht ja schnell. Öh, jetzt habe ich dein verkacktes Fleisch genommen. Mh, so lecker. Oh, ähm. Hä? What do you say? Kann ich noch irgendwas Praktisches bauen, was mir das Leben erleichtert in der Welt hier? Ja, kann ich. Ach, wir können sie wieder den Port beenden, ey. Das ist ja Wahnsinn. Ja, die Zeit bei dem Spiel, die rennt, ne? Mhm. Tu es, tu es. Tu es. Jo, dann mal wieder beim Braten. Ja, wieder beim Braten, 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 wenn wir aufzuspielen. Hm, weggebratet. Argg! Ich liebe dich jetzt nicht viel. Oh, yesterday. I come to you. What do you do, hä? Wie öfter ich schon mit dir Survival-Spiele spielen wollte und dich hat es nie interessiert. Und jetzt auf einmal spielst du Survival-Spiel, dann gehst du voll drauf ab. Oh ja, hätte ich das mal eher gewusst, ne? Hättet ihr mich mal alle zusammen eher überredet? So, jetzt geht es mir gut. Ich habe so viel Zeit mit Games verschwendet in meinem Leben, hätte ich das doch mal eher gewusst, dass ich den ganzen Tag hier Bären sammeln kann. Hätte ich doch alles geschmissen. Ne, ne, ist ja nicht nur Bären sammeln, alles. Okay, mein Lieber. Ne, das mach ruhig. Aber nö, jetzt redet den Satz zu Ende. Ich wollte nur sagen, dass das Survival-Game allein mich noch nicht mal so viel interessiert. Es liegt auch ganz viel daran, dass es hier mit Dinosauriern ist. Einfach, weil ich ein Dino-Fan bin. So, das wollte ich nur sagen. So, alles klar. Dann würde ich sagen... Ha, der ist sich zu scheiße aus. Dann würde ich sagen, dann sehen wir uns morgen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn du Bock hast, können wir einen Daumen da lassen. Daumen nach oben, Daumen nach unten, wie das wollt. Und ja, ein Abo könnt ihr vielleicht auch sagen, dass es mir noch Bock hat. Wenn es euch wirklich Spaß gemacht hat. Und wenn er natürlich auch wiederkehrt. Ein Abo bringt uns ja nichts, wenn er nicht wieder weiterguckt. Seht aus so. Und ja, dann nehme ich schon mal noch Fleisch raus und die Kohle. Und dann machen wir Schluss. Und ciao. Ciao.